ich bin so gespannt das sieht jetzt schon so überheiß aus es ist ich habe es 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 Das ist so dumm. Es ist dieses kleine... dieses kleine Kind. Dieses kleine Kind. Das ganze Leben. Hey, help me. Fuck! Shit! Hey, Mama. Wenn du willst, dann komm her. Wir müssen auf den Boden. Okay. Wait, wir brauchen Hilfe. Was ist mit ihr? Was ist mit ihr da? Sie wurde verletzt. Ich kann nicht mehr. Oh, okay. Listen, Brian. Wenn wir sie nicht nach einem Krankenhaus gehen, sie wird sterben. Es gibt keine Krankenhäuser. Oh, come on. Keine Krankenhäuser. Du hast, du hast, du hast eine Masch-Unit. Oh, ich bin nur ein Lehrerin. Ich habe volunteers für das. Ich muss nicht hier sein. Brian. Okay. Shit. Ich habe nur zwei von euch, okay? Ich kann nur zwei von euch, zwei. Ich kann nur zwei von euch, zwei. Ich kann nur zwei von euch, zwei. Okay. Come on. Help me. Come on. Sweetheart. Das ist okay. Okay. You're gonna be all right. I got her. You're gonna be right back. Okay. Okay, Boozer. Let's go. We gotta get on that guy. We gotta get on that shoulder. I heard what he said. There's only room for two on that chopper. There. Go. Go with her. I'll be okay. I'll commit to worshiping this before. I know. There we go. Where are you going? What? Where? 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 Refugee camp. West of Three Finger Jack. No. Bruzer. He's never gonna make it without me. I want this back. You coming? Let's move out. No. Duke. Das sieht ja schon mal richtig interessant aus auf jeden Fall. Ich hab jetzt die ganze Zeit nichts gesagt. wo ich mir dachte, ich halte nur meinen Mund, aber das sieht echt geil aus. Das lädt aber ganz schön lange, wa? Dafür kann man natürlich auch nichts sagen, sieht echt gut aus und ich spiel nicht auf 4K, nämlich in einer PS4 Slim. Alvarez, Alvarez, hey, Alvarez, what happened here? I mean, who did this? Was it... Was it Rippers? Leon... ...did this. What the fuck? Fuckin' hell. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020